Moin Moin! Das wollte ich schon immer mal sagen, naja. Heute wieder ohne meinen Freund. Aber ich zeige euch was ganz geiles bei der neuen Welt. Möbel in Minecraft. Wer hat sich das gedacht? Wow! Ohne Mord! Wow! Hey TF! Wie hat er das gemacht? Okay. Das ist nun mal da. Sessel. Zweit kann man sitzen. Ja, neuer Gamma-Style-Skin. Ja, ich will mal auf den Sitzen. Ja. 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 Und hier wieder ein Kaka. Ja. Das ist auch so ein kleines, bequem. Kausch, Sessel, Bade. Und ich zeige euch, wie man das macht. Ich hatte schon mal eine Aufnahme. Da war ihr sehr, sehr nervig. Deswegen nehme ich den Schwert. Und dieser Textumpack wurde schon geupdatet. Mache ich auch ein Video daraus. Und ich schubs ihn weg. Wow! Und ich mache auch mal Updates, Videos. Aber jetzt zeige ich es. So. Um diesen Sofa zu machen, machst du zwei davon. Zwei Treppen, wie es Microsoft sagt. Und Slap. Ein Slap. Kaka. Und du dir Wurz. Das sind eigentlich Stufen. Falsch gezieht. Falsch gecheatet. Und jetzt. Ja. Sofa. In der Sonne. Sofa. Hässlich. Tja. Wer das will. So. Ja. Ich zeige euch, wie man schön Häuser baut. Mit guten Sesseln. So. Tja. Könnt ihr auch ohne Wurz machen. Und geht ab. Die Badewanne. War die Baby einfach. So. So. Einfach. Wegen der Erneuerung. Erneuerung. Und ja. Boom. Boom. So. Und ich zeige euch, wie ich das benutzt habe. Bei der Welt. Ja. Die Donaterwelt. Mit der Cousinen. Heißt das so. Tja. Sie ist weg. Das ist zum Beispiel mein Haus. Habe ich hier in 15 Minuten gemacht. Einfach so zum Zeigern. Wo ich die Möbel auch gemacht habe. Kleiner Kind. Hier zum Beispiel so einen schönen Boden. Da am Piston. Hier ist nur. Ein Redstone Facken und am Piston. Ist ja logisch. Tja. Theoretisch. Alles. Kannst da wieder da bleiben. Das gleiche. Hier dieser Rahmen. Wegen. Wegen dem Textumweg. Sieht so ein Feuerball aus. Zum Beispiel. Ich schaue mal Fernseher. Ja. Boah. Die Karte. Wow. Wetterbericht. Hi Kinder. Ja. Und hier ist diese Katze da. Die können auch noch den Namen vergessen. hier ist der alte Fettkack. Hi du Gast. Hier noch schön willkommen mit zwei Blümchen. Und hier ein Plumskuchen. Ist ja klar. Hier ein Kessel, Wasser und das. Tja. Also. Hier oben habe ich noch Facken. Dass es in der Nacht schön aussieht. Nochmal. Opa Gamba Style. Ok. Tja. Das ist es. Und ich sage immer tschüß. Speichern, Optionen, Nimmla, 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 Puh, tschau.